Erste Zahlen der neuen umfassenden Grenzkontrollen seit vergangenen Montag offenbaren das ganze Dilemma, in dem unser Land inzwischen steckt. Es ist wirklich erschreckend, die Zahlen, wenn ich sie euch gleich präsentiere, setzt euch besser hin. Und Flixbus umfährt die Grenzkontrollen der Bundespolizei auf Nebenstraßen. Es gibt sogar ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, was es den Busfahrern von Flixbus untersagt, den Pass desjenigen zu kontrollieren, der eine über eine Grenze verlaufende Busfahrt dort bucht. Ganz anders im Flugverkehr, dort sind die Airlines dafür verantwortlich, dass diejenigen, die transportiert werden, auch am Ende über einen Aufenthaltsstatus verfügen, um einreisen zu können. Sonst muss die Airline diese nämlich nach Hause bringen. Aber es gibt noch eine Gesetzeslücke, mit der wir hier vielleicht bei Flixbus endlich mal Hand anlegen könnten. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal, das Desaster an unseren deutschen Grenzen ist jetzt eingetreten. Seit vergangenen Montag werden ja an zusätzlichen ungefähr 1400 Kilometern Landgrenze flächendeckende Grenzkontrollen durchgeführt. So dachten wir alle, doch man hat ja nur die Grenzkontrollen notifiziert. Von einer flächendeckenden Maßnahme der Kontrolle hat niemals jemand gesprochen vom Innenministerium. Jetzt gibt es Zahlen von Montag 0 Uhr bis Ende des Tages am Donnerstag, also die ersten vier Tage. Da gab es an den Westgrenzen, also an diesen 1400 Kilometern Grenze ungefähr, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark, was dazu kam, dort gab es ungefähr 182 unerlaubte Einreiseversuche, wovon 100 mit Zurückweisungen unterbunden werden konnten. Das ist ein Witz. Also das ist in Zahlen genommen wirklich ein Witz. Da könnte jetzt jemand von der EU relativ schnell bald kommen, wenn die Zahlen so niedrig bleiben und offenbaren, dass das Ganze unverhältnismäßig ist, was von vielen immer gesagt wurde. Es ist noch was ganz anderes diese Woche passiert. Und zwar ist die Zahl der Eingereisten, die sofort ein Asylgesuch gestellt haben. Und hier wird unterschieden zwischen einem Asylerstantrag. Der wird dann beim BAMF gestellt, irgendwann, wenn derjenige im Land ist, wo er dann auch postal nicht erreichbar ist. Das Asylgesuch wird direkt gegenüber einem Grenzpolizisten geäußert. Und da gab es in der Woche vor den Grenzkontrollen 3063 Asylgesuche an den deutschen Grenzen. Und sie hatten ja gesagt, dass sie die Leute, die ein Asylgesuch stellen, nicht zurückweisen, sondern dann das schnelle Dublin-Verfahren an der Grenze machen wollen. Und das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer in unseren Nachbarländern. Die Zahlen sind von 3063 auf 3626 gestiegen. Wohlgemerkt nur in vier Tagen. In der Woche davor waren es in sieben Tagen 3063. Und in der Woche mit den umfassenden Grenzkontrollen waren es 3626 an vier Tagen. Das heißt, ihr könnt das runterrechnen, es kommen immer noch 800 Leute pro Tag, die ein Asylgesuch stellen. Dazu kommt, dass jetzt die Zahlen offenbart wurden, noch nie seit den 50er Jahren waren so viele Migranten in dem Land Deutschland beheimatet. 3,49 Millionen Leute, von denen sie offiziell wissen und sie in die Statistik schreiben. Dazu kommen die ganzen, die unentdeckt, unerlaubt sich in unserem Land aufhalten. Der Vorsitzende der GdP-Bundespolizeigewerkschaft, Andreas Rosskopf, hat hier auch schon zum Besten gegeben gegenüber Welt. Was denn nun Fakt ist an der Grenze? Er sagt hier, Zitat, Und hier gibt es natürlich schon eine juristische Meinung des Europäischen Gerichtshofes, die ist schon einige Jahre alt. Denn es ist wieder jetzt ein EU-Gesetz, was uns Deutsche daran hindert, endlich unser Land zu verteidigen. Paragraf 63 im Aufenthaltsgesetz legt dem Busfahrer, der eine nationale Grenze überschreitet, die Pflicht auf, die Pässe seiner Passagiere zu prüfen, damit er sich hier nicht der Beihilfe des unerlaubten Grenzübertrittes mitschuldig macht. Und genau das ist am Ende vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet. Paragraf 63 Aufenthaltsgesetz, also das Kontrollieren der Pässe durch den Busfahrer, ist nicht mit dem Schengener Grenzkodex vereinbar. Damals argumentierten die Richter aufgrund der weggefallenen Grenzkontrollen, was ja inzwischen wieder etwas sich anders darstellt, aber es ist nicht vereinbar mit dem Unionsrecht, wie sie hier gesagt haben. Ausdrücklich offen gelassen hatte damals der Europäische Gerichtshof in seiner Begründung, er habe nicht geprüft, ob die Definition der Beihilfe zu unerlaubten Ein- und Durchreise und dem unerlaubten Aufenthalt verletzt. Es geht hier am Ende um Straftatbestände und zwar, wenn die Busfahrer offenkundig wissen, dass sie Leute transportieren, von denen man ausgehen kann, dass sie keinen Aufenthaltsstatus in dem Land haben, von dem sie kommen oder in das sie reisen, dann macht er sich hier der Beihilfe schuldig. Und hier müsste man jetzt eigentlich Flixbus endlich mal anzeigen und vor Gericht zerren, wegen tausendfachen Fällen von Beihilfe zu unerlaubten Ein- und Durchreise. Das Ganze findet tagtäglich statt und ich kann euch sagen, Leute, das interessiert niemanden. Und es wird ja jetzt schon ein bisschen kontrolliert und dann umfahren die Busfahrer noch genau das, denn darauf stehen mehrere Jahre Haft, auch auf die Beihilfe. Wir reden hier immer noch über das Ein- und Ausschleusen von Menschen, das ist Menschenhandel, das ist eines der widerwärtigsten Verbrechen, die man begehen kann, wenn man sich die Not anderer Menschen zu eigen macht und sie hier handelt, quasi grenzüberschreitend, diese ganze Schleusungskriminalität, wenn sie in Kofferraume gesperrt werden oder dann werden sie irgendwo in Flixbus gesetzt und so weiter und erpresst. Das ist völliger Wahnsinn. Und die deutschen Behörden, sie schauen weg. Wir haben die Woche Dutzende Videos gesehen von allen möglichen Grenzstellen, wo alles sperrangelweit offen ist. Und das haben sie uns als großen Erfolg verkauft. Morgen zählt es in Brandenburg. Sie werden wissen in Brandenburg, ob es die SPD wert ist oder nicht. Ich bin gespannt. Alles setzen Sie auf die Karte. Woidke wäre schon lustig, wenn Woidke morgen Abend geht, Scholz nicht in Berlin ist und die ganze SPD anfängt durchzudrehen. Und wieder einmal hat der Europäische Gerichtshof uns daran gehindert, hier einfach deutsche Gesetze anzuwenden. Wenn wir sagen, dass alle, die über unsere Grenze kommen, über ein Passdokument verfügen müssen, ist das unser gutes Recht. Das ist wirklich unser gutes Recht. Und dass sie uns das genommen haben mit dem Schengener Grenzkodex, ist an Dreistigkeit von den Politikern, die das abgestimmt haben, nicht mehr zu unterbieten. Ja, natürlich ist der Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften, aber dazu muss er funktionieren. Und er funktioniert offen nicht. Inzwischen haben das sogar die Kroaten gemerkt, die jahrelang Non-Schengen waren, jetzt im Schengen-Raum sind. Sie werden geflutet von Leuten, die in ihr Land kommen, von denen sie niemals geglaubt hätten, dass sie in Kroatien auch so eine Party veranstalten, wie das inzwischen in Mitteleuropa der Fall ist. Dazu kann ich mal demnächst ein extra Video machen, wie Zagreb zum Beispiel einfach geflutet wird von gewissen Personengruppen. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Diese Fata Morgana der Grenzkontrollen ist an Absurdität nicht zu überprüfen. Und es passiert genau das, was alle erwartet haben. Die Leute, die Asyl sagen an der Grenze, das steigt einfach an, die haben es alle geschnallt und die, die Asyl sagen, bleiben erstmal alle da. Die Bundespolizei soll sie jetzt versorgen, soll dann die Dublin-Fälle prüfen ohne mehr Personal. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Aber das ist deutsche Politik bis zum bitteren Ende. Die Titanic, sie steht schon senkrecht im Wasser. So langsam fällt die Kapelle auch runter. Oder wir müssen jetzt warten, bis das Schiff sinkt. So bitter, wie das ist, aber wirtschaftlich gesehen, ob die CDU nächstes Jahr noch was erben wird, was man wieder aufbauen kann, oder ob man dann nur noch den Trümmerhaufen verwalten muss. Das wird die Zeit zeigen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Kommentiere mal dieses Video, abonniere den Kanal, drücke auch die Glocke und den Daumen hoch. Das hilft ein bisschen mit dem Algorithmus. Jetzt kurz vor der Brandenburg mal, werden die ganzen Videos hier wieder etwas reduziert ausgespielt. Guckt euch das auch an bei den anderen, bei Olli, bei Aktien mit Kopf. Überall sind die Aufrufzahlen jetzt leicht gebremst. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Deswegen auch in Telegram dabei sein, dass wenn du mal wieder keine Benachrichtigung für eines meiner Videos bekommst, so wie heute Morgen, dass du es trotzdem nicht verpasst. Und damit, ciao, bis bald. Also, bis bald. Vielen Dank.